was geht ab was geht da und herzlich willkommen neue scenario legend video und wir haben jetzt wieder ein bisschen ja tickets gesammelt für kablo und ich möchte jetzt langsam kablo hoch bekommen mir fehlt leider irgendwie ein ticket hier noch für eine 60er sammlung mal gucken kann wir hier noch nicht irgendwo hier würden wir noch ein ticket bekommen egal gehen so rein ich sage wir haben alles raus was wir haben und schauen mal ich hoffe dass wir kabo jetzt bekommen da ist schon mal ein kabo direkt am start das ist schon mal wichtig und richtig würde ich behaupten dass wir ihn langsam mal endlich auf im model dann bald bekommen wie ihr seht es gibt jetzt sehr viele normale ssr helden und sehr viele sachen um kabo irgendwie zu bekommen da seht ihr haben wir wieder ein kablo mehr danke für die 30 diamanten spende dadurch durch die 30 sammlungssplitter habe ich jetzt auch 60 splitter dann können wir gleich noch ein kablo machen und das heißt wir brauchen noch einen kablo um ihn auf im model zu haben ich hoffe dass wir aus diesen 43 tickets noch einen kablo bekommen bitte können einfach spiel bitte nein doch einfach können doch einfach kommen jetzt bitte wichtig und richtig kommt das ist lila das ist nicht gegönnt oder aber 100 von den teilen das ist ja auch nicht schlecht glaube ich aber schade wir können einmal noch reinkommen vor so lack nein ich brauche immer noch eine kablo copy verdammt verdammt aber wir haben jetzt hier noch mal 100 bekommen das sei perfekt da habe ich dadurch jetzt 200 aber ich weiß jetzt gerade nicht wenig hoch machen will ich wollte eigentlich die er machen dann muss ich warten bis der shop mal irgendwann resettet ist wir werden jetzt auf jeden fall kablo zweimal entwickeln können aber 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 uns fehlt immer noch ein kablo man ihr seht von 590 kamen wir angefangen jetzt hat er 612 k und wir gehen noch mal rein was ich habe 30 habe ich das nicht eingesammelt was ich habe doch schon mal 30 bekommen ich schüre ich habe beim letzten mal sammeln auch schon 30 bekommen wo sind die anderen 30 hin ich muss meine alten meine videos noch mal durchgucken aber ich habe das schon mal bis oben gemacht das war das zweite mal dass ich jetzt bis oben gemacht habe und kein kopf Leute jetzt bin ich gerade richtig verwirrt hilfe 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 helfen mir leute bin ich jetzt verwirrt das war das zweite mal dass ich das ding nach ganz oben gemacht habe ich müsste doch jetzt ein kablo extra machen können oder nicht oder habe ich das schon mal benutzt habe ich das schon mal benutzt ich war hundertprozentig der meinung dass ich das noch nicht hatte ich muss da meine videos noch mal durchgucken im leben habe ich bis jetzt erst einmal das ganz hoch gemacht ich brauche hilfe Leute ich habe noch mal nachgeschaut und in meinen videos geguckt und es ist doch richtig ich habe es schon einmal benutzt alter mann ist vergesslich also wir haben also jetzt brauchen wir doch noch zwei kablo copies ich war schon im kopf ich brauche nur noch eine kabel copy weil ich auch noch die noch splitter habe aber ja okay dann brauchen wir noch zwei es dauert also noch ein bisschen bis wir kabel hoch haben ihr seht er hat jetzt 619.000 ich werde auf jeden fall natürlich noch auch ein schönes video machen und die noch mal ausgiebig für euch testen aber ich kann euch vorab schon mal sagen er gefällt mir momentan ganz geil was ist das hier eigentlich immer was ist das wie passiert das königlicher glücksstern was ist das ich da immer nichts gutes ich sehe andere kriegen immer solche limited tickets ich will auch gibt mir limited tickets lasst gerne da oben da wir haben wenigstens eine copy bekommen geil wäre wenn wir noch einen jetzt bekommen würden aber wir brauchen ja jetzt noch zwei ich denke bis wir da oben sind werden wir vielleicht zwei haben und dann haben wir noch ein ssr ding übrig falls dann irgendwann neuer collection hero kommt aber es wird jetzt erstmal eine ziemliche weile dauern weil ich vermute auch dass bald jetzt wieder hier ein neuer held kommt wo man auf jeden fall mal eine kopie mitnehmen muss ja in dem sende leute lassen daumen nach oben da hat abo raus und verpasst keins der weiteren in alle videos peace euer resan 1